Beim Bürgergeld bleibt die Union hart. Und das, obwohl die Ampelkoalition zu Kompromissen beim Hartz-IV-Nachfolgegesetz bereit ist. Allerdings in einem wichtigen Punkt ist die Union zum Entgegenkommen bereit, wie Friedrich Merz gestern Abend in den Tagesthemen ankündigte. Ich werde jedenfalls morgen dem Parteivorstand der CDU und dem Vorstand der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vorschlagen, dass wir der Bundesregierung anbieten, noch in dieser Woche einen verbindlichen Beschluss des Deutschen Bundestages über die Anhebung der Regelsätze zu treffen. Sodass wir dann den ganzen Streit nur noch um das Verfahren in diesem sogenannten Bürgergeld austragen können. Ich empfinde das nicht als Angebot, sondern in Wahrheit heißt es doch, der eine Teil soll kommen aus Sicht der Union und der andere nicht. Und dazu sind wir nicht bereit. Denn das Bürgergeld ist mehr als die Erhöhung der Regelsätze. Sollten Union und Koalition bei ihrer Haltung bleiben, würde der Bundestag voraussichtlich mit den Stimmen der Ampelkoalition den Bürgergeldgesetzentwurf verabschieden. Für den Fall droht die Union damit, den Gesetzentwurf mit den Stimmen der unionsregierten Länder im Bundesrat zu blockieren. Einzelheiten dazu nun von meinem Kollegen Uli Merkamp. Ist denn sicher, dass die von Union mitregierten Länder das so durchkriegen? Naja, zum einen gibt es ja in den Landesparlamenten immer die Vereinbarungen, wenn eine Partei mit einer Partei koaliert, mit der sie im Bund nicht koaliert, dass man dann halt in strittigen Fragen zwischen Union oder Opposition gesagt und der Bundesregierung sich bei den Abstimmungen im Bundesrat enthält. Das heißt, wenn man jetzt mal allein nur den Westen des Landes nimmt, wo es drei schwarz-grüne Koalitionen gibt, würde das schon reichen, um letztendlich den Gesetzentwurf im Bundesrat zu blockieren. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass dieses Vorhaben, das Bürgergeldgesetz, das wichtigste sozialpolitische Vorhaben dieser Bundeskoalition ist in dieser Legislaturperiode. Und ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass die Bundespartei der Grünen dann bei ihren Landesverbänden nicht vorstellig wird und fragt, ob es da nicht noch letztendlich Gelegenheiten gäbe, da noch auf den Koalitionspartner einzuwirken. Und es hat in der Vergangenheit auch schon solche Fälle gegeben oder einen berühmten Fall, wo dann halt dann trotz einer Absprache sich die entsprechende Landesregierung im Bundesrat auf die Seite eben halt der Bundeskoalition geschlagen hat. Also das wird noch spannend. Was würde denn passieren, wenn es zu einer Blockade kommen würde? Ist das Vorhaben dann vom Tisch? Dann ist es noch nicht endgültig vom Tisch. Es gibt dann im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, okay, zurück in den Bundestag. Das Gesetz wird nochmal neu beraten. Das ist allerdings nicht die Regel. In der Regel wird dann erstmal versucht, im sogenannten Vermittlungsausschuss eine Einigung zu finden. Der Vermittlungsausschuss ist ein Gremium, was paritätisch besetzt ist von Bundesrat und Bundestag. Das hat es in der Vergangenheit nicht so häufig gegeben, dass dieses Gremium angerufen wurde. Da kann man dann halt versuchen, noch eine Einigung stattzufinden. Und wenn diese Einigung eben halt stattgefunden hat im Vermittlungsausschuss, dann gilt das Gesetz letztendlich auch beschlossen, weil dann ist letztendlich auch der Einspruch des Bundesrates eben ausgeräumt. Und was würde es für das Gesetz bedeuten, wenn der Vermittlungsausschuss eingreifen müsste? Wenn der Vermittlungsausschuss eingreifen müsste, dann ist das natürlich erstmal eine Zeitfrage. Das heißt, selbst wenn wir uns jetzt mal vergegenwärtigen, dass es noch zu einer Sondersitzung des Bundesrates kommen sollte, was ja Anfang und Ende letzter Woche schon mal angedeutet wurde, dann wäre jetzt im November dann vielleicht noch eine Sitzung des Vermittlungsausschusses möglich. Aber so Verfahren, wie die Positionen zwischen Bundesrat und Bundestag zurzeit sind oder zwischen Union und Ampelkoalition, wird es sicherlich nicht in ein, zwei Sitzungen abgeräumt werden. Dann ist es auch einfach eine Frage, ob dann halt gesetzestechnisch es überhaupt noch möglich ist, in diesem Jahr zu einem endgültigen Beschluss zu kommen. Das würde heißen, dass abgesehen von irgendwelchen anderen Vorbehalten, die es vielleicht noch gibt auf der Verfahrensseite, es kaum noch möglich wäre, dieses Gesetz zum 1. Januar, wie von der Ampelkoalition geplant, eben halt umzusetzen und zu verabschieden. Auf der einen Seite also Bürgergeld, auf der anderen Seite eine Erhöhung des Regelsatzes der Hartz-IV-Leistungen. Was würde denn konkret das für die Leistungsempfänger bedeuten? Wo sind die Unterschiede? Können wir das ganz kurz nochmal besprechen? Ja, also es ist so, dass es ja diesen Vorschlag der Union gibt, das getrennt voneinander zu verabschieden. Das würde auch relativ schnell gehen. Das würde sogar so schnell gehen, dass man noch vor dem 1. Januar den Regelsatz eben halt verabschieden könnte. Und dann trete er auf jeden Fall zum 1. Januar in Kraft. Jetzt ist es aus Sicht der Koalition so ein bisschen ein vergiftetes Geschenk, weil das würde ja bedeuten, dass sich an dem Gesetz an sich nichts ändert. Deswegen hat die Koalition schon gesagt, sie werden einer Aufsplittung nicht zustimmen. Das heißt, sie wollen beide Punkte, Erhöhung des Regelsatzes und eben halt auch die anderen Punkte, wie jetzt zum Beispiel die sogenannte Vertrauenszeit oder auch das Schonvermögen, was ja von der Union kritisiert wird, zusammenberaten und das nicht voneinander trennen. Das heißt, da beide Gesetze dann nur gemeinsam oder beide Punkte des Gesetzes dann nur gemeinsam verabschiedet werden könnten, würde es bedeuten, wenn es jetzt nicht zu dieser Regelung kommt, dass aufgesplittet wird, dass dann auch die Regelsatzerhöhung zum 1. Januar mit ziemlicher Sicherheit nicht kommen wird. Olli Merkamp mit Informationen und Einschätzungen zum Bürgergeld. Danke in die Hauptstadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017